Willkommen zurück zuein Cyberfight! Jetzt fahren wir aber woanders hin. letzte Folge war immer ein bißchen hier ... ... ja lang gefahren und jetzt fahren wir woanders hin. Unguhhhh! Jawoll Porsche Fahren! Ju-hu. Tock. Oh, die Polizei die sieht mich. Los fahren wir schnell weg. Die Polizei! Die Polizei! Eieieieiei! Brumbrum mache ich jetzt. Brumbrum. Brumbrumbrumbrum. Ja! Und weiter geht's. Brumbrumbrum. 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 Da waren wir doch schon öfters. Weg mit dem Schild, was steht denn das da überhaupt rum? Ja, Apfelbeck. Dann fahr mich hier entlang. Auch weg. Ah, schön. Er nimmt Docks wieder. 200 Meter, 175 Meter, 150 Meter, 125 Meter, 90 Meter. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt hier mal stehen. Steigen aus. Juhu. Kann man irgendwo Waffen kaufen? Ich gehe mal hier rein. Oh, ein paar Löschepapelchen. Kennen wir uns? Nö, ich glaube nicht. Ich kann Schwachen kaufen. Du siehst nicht aus, als wäre das hier dein Traumjob. Oder dein Hobby. Du willst kaufen? Kauf. Du willst quatschen? Zisch ab. Wir sind freundlicher hier. Kauf welche. Was haben wir denn hier? Ausgerüstet. Der ist ja niedriger sogar. Was das für Schrottwaffen hier? Das ist ja gar nichts. Was haben wir denn hier? Erhöht die Chancen, Schaden... Brauche ich hier irgendwas von? Hier. Erhöht Schaden um 8. Immer mit. Ey, wir können hier was kaufen. Das ist doch schon egal. Das nehmen wir nicht mit. Die Klinge nehmen wir auch nicht mit. Pistolenmunition brauche ich eigentlich nicht. Du halt hier brauche ich immer, ne? Zieh ich ab, sagt er. Das sagt er einfach, zieh ich ab, ey. Das ist also... Die Leute hier... ...in Cyberpunk. Ich bin Verschämtheit. Was ist das hier? Splittergranaten. Okay. Ja gut, ich würde sagen, das reicht schon mal. Ich habe auch noch nichts was anderes hier noch gefunden, was... Also hier ungewöhnlich, hier kann man Schema... Ich kann mal hier kein Schema, oder? Ja, ich habe da keinen Bock drauf. Komm mal hier. Okay, das. Okay, das. Okay, gehen wir raus. Haben wir noch was hier? Kann ich essen kommen? Schleidung bräuchte ich eigentlich. Was ist das hier? Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Hier gehen wir nach oben. Aha, hier gehen wir nach oben. Bist du nicht etwas jung für einen eigenen Laden? Irgendwer in der Familie muss ja das Gop verdienen. Ich kann rechnen und bin geschickt. Mehr braucht's nicht. Gibt's heute irgendwas Gutes? Bei mir bekommst du ausschließlich Gutes. Bei mir ist der Kunde noch König. Was für ein Schrott. Okay, gehen wir weiter. Ah, der hinten ist oben. Okay. Geh mal hoch. Du bist nicht zufälligerweise als Mediziner zugelassen, oder? Zugelassen? Na, na, aber klar. Weißt du, ich war mal bei Traumateam. Sechs Monate Sanitätsgehilfe. Wirst nicht glauben, was ich da alles erlebt hab. Würde gern sehen, was du so anbietest. Oh, so einiges. Äh, ja. Äh. Schema. Möglichst du herstellen von Items mit Kumpel-Ninchen. Episch. Acht Prozent der Gesundheit her. Könnt ihr das selber herstellen, ne? Danke. Was haben wir sonst noch hier? Also, das haben wir, das haben wir durch, das haben wir durch. Jetzt mal den Wagen. Hier wollten wir hin. Ne, hier wollten wir hin, ne? Alles klar. So, jetzt geht's weiter. Pause ist weg. Ja, Pause ist weg. Dann wollen wir mal gucken. Der war nicht mit Anzug, ne? Schon nochmal lang gucken. Hier, hier können wir was machen. Wir machen jetzt erstmal den. Hier ist was mit den Anzügen. Hier haben wir noch was. Hier haben wir noch was. In der Ecke haben wir noch ein paar einige Sachen, die wir jetzt machen können. Gut. Dann würde ich sagen, dass wir uns mal hierhin gehen. In dieser Arm. Oh! Hier gehört nicht zu mir. Überhaupt nichts ist von mir. Alles kalter Stahl. Womit habe ich das nur verdient? Warum musste ich nur an Hinzer geraten? Dieses Jucken. Was soll das Jucken? Warum spüre ich überhaupt was? Es ist doch nur Stahl. Ganz ruhig. Vergiss deine Seele. Du musst seine retten. Hilfe! Hilf mir doch! Irgendjemand! Gehen wir doch, ne? Ok, das selbe. Ok, wahrscheinlich das auch, ja ja. Alles dasselbe. Aber ich nehm die alle mal. Warte mal, ich nehm die trotzdem mal alle mal. Kein Mensch mit Implantaten, das stimmt. Geht es dir, geht es dir gut? Legt ihr nicht ein Gelübde gegen Implantate ab? Doch, das habe ich. Glaubst du, ich habe das freiwillig gemacht? Entschuldige, dass ich mich nicht verbeuge. Ich bin noch etwas unbeholfen mit der neuen Situation. Ach du Scheiße. Dich hat jemand gezwungen? Nicht nur mich, auch meinen Bruder. Sie haben uns betäubt und meinen Körper geschändet. Und sie haben sich dabei über mich lächerlich gemacht. Wie kann man einem Menschen nur so etwas antun? Ach du Scheiße. Ich verstehe das nicht. Wer sollte sowas machen? Und warum? Wir waren unterwegs und haben Almosen gesammelt. Da kamen sie auf uns zu. Sie lachten und fragten uns, ob wir auch Implantate als Spender annehmen. Sie waren mehr Maschinen als Mensch. Und sagten, sie würden uns besser machen. Wie Werkzeug. Maelstrom. Und dein Bruder? Ist er noch bei Ihnen? Ja. Ich war zuerst dran. Und dann haben sie überlegt, wie sie ihn modifizieren. Du siehst wie jemand aus, der mit Ihnen sprechen kann. Ich bitte dich, hilf meinem Bruder. Ich hoffe nur, dass es nicht zu spät ist. Ich will nicht, dass er so endet, wie ich. Ich helfe dir. Ich springe. Halt dich lieber raus. Ich brauche mal. Was springst du? Ich fliege dabei raus. Na gut, ich helfe. Aber das könnte eine fiese Nummer werden. Maelstrom macht keine Späße. Es muss einen anderen Weg geben. Bitte hilf uns. Aber ohne Blutvergieß. Ich flehe dich an. Ich sehe, was ich tun kann. Dein Bruder kommt jedenfalls frei, versprochen. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Sie halten ihn in einem Lagerhaus. Nördlich von hier gefangen. Du findest es bei der Straße entlang der Docks. Wie poetisch. Ein Mönchennot. Was sollte in deine Heldensage kommen? Was willst du machen? Im Schneidersitz meditieren, bis sie tot umfallen? Fall doch selbst tot um. Okay, lass uns mal gehen. Der war gut. Okay, da wollen wir mal gucken, wie wir die hinkriegen. Wie leidet der Mönch? Naja, ohne Blutvergießen geht es ja wohl nicht, oder? Okay, da wollen wir mal gucken. Wir können die ja träumen. Hm, ich überleg gerade, wie ich das mache. Ich geh mal gerade hier entlang. Ich geh mal gerade hier entlang. Mal gerade. Ich hab ihn schon gesehen, ey. Ohne Blutvergießen. Ohne Blutvergießen. Wow. Ich hab ihn ja gesagt, ohne Blutvergießen, ne? Mal versäuchig schon. Ich komm dich jetzt suchen! So geht es auch nicht. Ohne Blut vergießen. Ich guck mal ob ich reinkomme ohne. Ohne zu schießen. Ok da bin ich wieder. Wir machen folgendes. Wir gucken mal ob ich hier nicht in den Container komme. Erstmal muss ich die, glaube ich, breachen, 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 breachen. Wir machen jetzt erstmal hier. Das machen wir auf jeden Fall mal. 9NC9 9 BD 55 FF FF 55 geht nicht. BD 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 kindern BD E9 BDE BD BD BDE E9 BD Wie wäre es, wenn wir ihm statt einem Arm diese Knarre vorpassen? Dann würde er jedes Mal bestrehen. Und dann startet er seine heimliche Sekte, die... Ach du, jetzt kommt's. Oh, wo das? Das war mein Witz. Bitte, Dame hat mir Frieden gebracht. Nehmt mir das, ich tu. Schmerz erhalten oder ich reiße die Zunge raus. Hier halten sie unseren heiligen Bruder also fest. Neutralisiert die Gangmitglieder. Moment, ich speichere mal grad ab. Dann machen wir hier mal, ich sag mal hier, mal System Neustart. Ich muss hier auch mal grad neutralisieren. Oh, ob ich weitergebe. Versäuchung gleich hinterher. Ich gucke mal, ob ich jetzt alle habe. Ach, da hinten ist es. Da hinten bist du ja. Komm. Argus. Bitte tu das nicht. Es verstößt gegen meinen Graub. Bitte. Ich will das nicht. Bitte. Ah, ich stehe mitten im Totentanz. Das haben wir ja schon hinter uns. Okay. Genau. Mit dir spreche ich gleich. Mit dir spreche ich gleich. Cord primecontrolled. Ja. 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 Das war's mir. Okay, haben wir alles ausgemerzt anscheinend. Hier ist nichts mehr, hier ist nichts mehr. Aber auch nichts mehr, ne? Ja. Okay, hier ist nichts mehr, gut. Jetzt muss man gerade hier mal runter holen. Ich habe hier noch, glaube ich... Darf ich... Na ja, gut. Ganz ruhig. Es ist vorbei. Ich gehöre nicht zu denen. Was... machst du dann hier? Was ist passiert? Sieht aus, als wäre ich rechtzeitig gekommen. Alles in Ordnung? Haben sie dir was angetan? Ich hatte Glück. Sie haben gesteht, in welches Implantat witziger wäre. Diese kranken Cyberpsychos. Einer... Einer wollte mir den Kiefer abnehmen. Was für ein grausiger Gedanke. Zum Glück ist es nicht dazu gekommen. Aber wie kommt's, dass du genau in diesem Moment hier aufgekreuzt bist? Ich habe im Vorbeigehen ein paar schlappe Witze über Chrome, wo das gehört. Aber Maelstrom ist nicht für seine Späße bekannt. Naja... Um ehrlich zu sein, hat mich dein Bruder geschickt. Er wollte nicht, dass dir das Gleiche passiert. Ich danke dir aus der Tiefen meiner Seele. Ich bin so froh, dass niemand getötet wurde. Mögest du weiter auf den Pfad des Friedens wandern. Es spielt keine Rolle, was sie zu dieser Tat trieben. Es steht uns nicht zu, über sie zu urteilen. Wie hat Maelstrom dich überhaupt geschnappt? Die meisten gehen ihn aus dem Weg. Wir sind fremd hier. Wir wandern von Ort zu Ort. Wir sind erst kürzlich nach Night City gekommen und hatten keine Zeit, etwas über die Gefahr zu lernen. Eben München nicht in Klöstern? Früher nicht. Mein Bruder und ich gehören einer Gruppierung an, die die ältesten leeren Buddhas befolgt. Es ist ein lehrreiches Leben. Immer wieder treffen wir die ungewöhnlichsten Menschen. Das sieht man. Ich weiß, was Sarkasmus ist. Und natürlich weiß ich, dass die Welt gefährlich ist. Aber wer kein Risiko eingeht, wird nie erfahren, was vor seiner Haustür liegt. Du verstehst das sicher. Dein Bruder wartet auf dich. Nicht weit von hier, auf dem Plaza. Ich muss nur kurz durchatmen. Dann kann ich gehen. Er hieß das, der nun gerettet werden muss. Nun sieh mal einer an. Wenn du so ungern tötest, hättest du vielleicht Mönch und statt einer Mördermaschine werden sollen. Töten ist nicht die Antwort auf alles. Wenn du die Welt wirklich ändern willst, hat das immer einen hohen Preis. Und diese Chromficker, glaubst du, die haben all die ganze Tag mit einem Ohm herbeigebetet? Wir scheinen ja mehr als genug zu haben, wenn sie es sogar München andrehen wollen. Ja. Ja. Ach nee, die Tür haben wir auch schon gehabt. Okay. Ja. Dann halt haben wir alle Tür. Hier ist auch noch was Gutes, glaub ich. Ist auch noch hier. Ja, wie gesagt. Ähm. Was hab ich denn mit mir gemacht? Ich geh mal jetzt mal raus. Ich hoffe, dass wir hier noch gleich zu kommen sind. Und nicht. Ja. Wie gesagt. Okay. Ich glaube, das war's, ne? Genau. Das können wir jetzt schon mal das nächste vorbereiten. Und das ist das hier. Ganz im Auftragstil überstehen. Gehen wir mal. Gehen wir mal. Gehen wir mal gerade was stehlen. Uh-huh. Genau. Hier machen wir das erstmal. Was willst du? Weil ich stören. Warum? Was ist hier los? Ich hab gestört. Ich bin ja so gemein. Ich bin ja so gemein. Ich bin ja voll fies. 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 Steht doch mein Auto rein. Ja, das ist eh voll fies. Ich bin schon vorbeigelaufen. Täusch, nee. Ich wollte ja Gelb, eigentlich. Ich wollte ja nicht, dass ich wollte ja Gelb fühle. Aber nicht Folgen? Oh Mann, oh Mann, wie blöd. Wir haben den Ehr-Untertitel. Ein schöner Auftrag für dich, Bryce Stone. Dieser Fernsehprediger? Sein Sohn wurde ermordet. Um den Mörder zu schnappen, musst du an den Original B.D. rankommen, der während des Mordes aufgenommen wurde. Ja, das hast du leider richtig gehört. Mehr Infos schicke ich dir mit. Anbei heißt das. So, eine Kamera. Blutlicht. Überwachungskamera. So, Kamerasteuerung. So, Kamerasteuerung. So, Kamerasteuerung. So, Kamerasteuerung. So, Kamerasteuerung. Oh, 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 oh. Das war schon äh kräftig, wa? Das war schon äh kräftig. Okay, wir können ja mal versuchen, da hinzugehen. Machen wir jetzt mal speichern, weil das jetzt mal grad ab... Okay, wir können ja mal versuchen, da hinzugehen. Okay, wir können ja mal versuchen, da hinzugehen. Wir können ja mal versuchen, da hinzugehen. Ein C, E9. Ein neues FF haben wir hier. Ein C, ein C, E9, BD, jawoll, Hammer. Nachrichten, bla, bla, alter. Du bist einsam. Und... Double trouble. Und dann alles Netzwerk. Sicherheitsgeschütze ausschalten. Zurück. Sicherheitsgeschütze ausschalten. Und Erwachsenungssystem ausschalten. Ne, was haben wir noch hier? Das sind alle vier, ne? Guck, das war mal das, hatten wir. Ist das nur drei? Gehen wir mal raus wieder. Wir machen das offline, okay. Alles klar. Gehen wir mal weiter. Mal hier noch. Gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter. Was ist das? Okay. Dann wollen wir mal reingehen. Okay. Dann machen wir erst mal hier das. Machen wir erst mal das hier. Aber nicht. 55BD. Ich hab mich verdrückt wieder. Ich hab mich wieder verdrückt. Nein. 55. Sorry, ich hab mich hier total verdrückt. Ich hab's jetzt so... Nochmal. Jawoll. Jawoll. Ich hab mich hier. Ich hab mich hier. Okay, da geht's runter. Ähm. Gut. Ah, okay. Da müsste ich hin. Aber ich will erst mal runter. Ja. Moment mal. Gehen wir erst mal hier runter. Ja. 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 Ich krieg auch soviel Inventar ne. Boah. Auch gesagt. mal wieder alles hier voll brechen nein weil der hat hier dieses den kann man nicht ne hier da hab ich auch wieder ein spezialteil die kriegt hier ne okay ähm auch hier Jacken hier ne hier oder hier die haben so die Sachen hinten und die nicht die kann man eigentlich auch können ja die Jacken hier die speziellen Sachen hab ich ach Gott so weiter gehen warte ich war erschrocken ey okay mal hier rein nochmal gucken warte mhm mhm haben wir jetzt alles hier unten können wir jetzt hoch gehen endlich okay geh mal hoch hier rein ja die haben auch schon alle die ach ne hier genau da kurz bevor er klar Junge Sonst fühlt sich's an, als würde man ein Kissen abstechen. Okay, ein Bild zurück. Erweitere Schmerzfeedback und Eisenbeschmack. Freddy Boy, du hast echt Rauch. Den Schweißgestank schneid ich aus. Nein, nein, lass drin. Manche wollen den Extra-Kick. Wir machen zwei Cuts. Einen ohne und eine Extended-Schweiß-Version. Guter Gedanke, Papa. Sagen die noch was? Okay, speichern mal hier ab. Und jetzt geht's los. Aufwachen, Gentlemen. Was ist hier los? Security! Zu weit weg, um uns zu hören. Immer mit der Ruhe, okay? Wir tunen und verkaufen nur. Wir drehen nichts davon. Wirklich. Wir finden eine Lösung. Sag mir einfach, was du willst und wir finden das für dich. Was ist das hier, euer kleines Familiengeschäft? Die Leute kaufen, wir verkaufen. Geschäft ist Geschäft. Suchst du nach was Bestimmte? Weißt du, wenn wir's nicht tun, dann tut's ein anderer. Willst du was richtig Hardcore-mäßiges sehen? Wir geben den Leuten da draußen nur, was sie wollen. Das ist alles. Expedie von einem Predigersohn. Ermordet. Klingelt da was? Welcher Prediger? Haben grad ne Lieferung mit Jungs reingekriegt. Weiß nicht, wie die Daddies heißen. Da brauch ich mehr Infos. Bryce Stone. Einer von N54. Sohn hieß Bobby Stone. Zwölf Jahre alt, als er starb. Boah. War er schwarz? Weiß? Latino? Boah. Irgendwas auffälliges. Wie wurde er umgebracht? Papa? Ich glaub, ich weiß, welchen er meint. BD 9430. 9430. Den Predigerjungen. Wer hat ihn umgebracht? Von wem habt ihr den Expedie? Niemand gibt uns irgendwas direkt. Wir haben tote Briefkästen. Das war's. So bleibt alles sicher. Für alle Beteiligten. Der Expedie war ungeschnitten. Irgendwas muss euch aufgefallen sein. Irgendein Hinweis. Spiegelbild, Tattoo, irgendwas. Unser Interesse liegt in der Imperfektion selbst. Nicht in ihrem Erschaffer. Gib mir diesen verfickten Braindance. Sofort. Ja, ist ja gut. Beruhige dich. Nimm ihn einfach. Freddy. Er ist gleich hinter uns. Dort auf dem Regal. BD 9430. Nimm die Aufnahme. Wenn ihr mich killen wollt, ne? Ich kille euch. Klar. Der ist es. Nimm ihn einfach. Gebiet verlassen. Ehrlich? Soll ich ihn nicht umbringen? Die Idis. Was? Ja. Oh, 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 oh. Was passiert denn, wenn ich das mache? Papa! Warum? Warum musstest du ihn umbringen? Ich tue alles, aber bitte lass mich leben! Ich mag das nicht mit diesem... Ich mag das nicht, auch wenn man solche Liga vertreibt. Ich mag das nicht mit diesem Liga vertreibt. Ich mag das nicht mit diesem Liga vertreibt. Ich mag das nicht mit dem Liga vertreibt, ich mag das nicht mit dem Liga vertreibt. Ich hasse das, ey, ich mag sowas nicht. Soll ich so einen Dreck vertreiben? Nein, ich mag sowas nicht, ich gehe raus. Ich speichere gerade ab, ich will speichern. Ich speichere es nochmal gerade ab. Sorry, ey, ich... Okay. Okay. Äh, ja. Fuck it, ey, ehrlich. Okay. Ey, lass mich doch da rein. Zugriff gewährt, aber ich komm nicht rein. Was ist wieder rein? Ah, jetzt geht, geht. Ich brauche meine Sturz. Scheiße. Schmüssiges Geschäft, genau. Auf jeden Fall. Tja, ich glaube es. Dann lassen wir es so stehen. Wir lassen es so stehen. Die Geschäfte, die die gemacht haben, gingen ja gar nicht. Deswegen habe ich es so getan. Ich glaube, die sind so verbinden. Super Arbeit, V. Ich hoffe, dass man so den Wichser findet, der das aufgenommen hat. Auftrag abgehakt. Mehr hatte nicht zu sagen. Na toll. Na gut, danke fürs Zuschauen. Das war Cyberpunk. Lass es euch euch wirken, der Drister. Na gut, alles klar. Tschüss.